herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax ich handel 60 sekunden bis zwei minuten mein startrate beträgt 2000 euro als nächstes suche ich meinen passenden trade nach meinen einstiegskriterien im metatrader 5 britisch funt yen sieht ganz gut aus hier steige ich ein und noch mal und gegebenenfalls noch ein drittes oder viertes mal das ist ein 1 2 1 2 4 6 Den ersten habe ich gewonnen, den zweiten nicht. Der dritte läuft noch. Im zweiten bin ich etwas spät rein. Die letzten zehn Sekunden laufen. Perfekt. Zwei von drei Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.